So ihr Lumpys da draußen, weiter geht's mit Factorio. Letztes Mal haben wir hier sehr viel in Auftrag gegeben für die Produktion von den Eisenplatten unten und dann ist mir hier aufgefallen, dass wir hier noch Öfen stehen haben, die gerne gerne Ziegelsteine machen würden, damit die Öfen schneller produziert werden können, aber die Steine hier waren nicht angeschlossen. Jetzt müssen wir kurz mal warten, bis hier der ganze Kram fertig ist, den ich in Auftrag gegeben habe und dann machen wir das kurz. Dann haben wir nämlich genug Öfen, dann können wir da runter gehen bzw. mit dem Zug fahren. Die ich laufe rum, Zeit ist vorbei, wir fahren einmal immer schön um die Base und bauen das. Sagen wir viel, glaube ich, in die Auftrag gegeben. Ah, schon noch ein paar. Naja, naja. Dann läuft nämlich das hier besser und das hier besser. Das geht, glaube ich, zum, zu den Militär. Ups, Entschuldigung. Was soll denn? Zu den Militär wir sind Schatzpaketen. Ja, genau. Gut, 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 gut. Okay, okay. Ich will, dass hier nämlich volles Rohr ankommt und nicht nur hier so zwischendrin mal was und die eine Seite nur voll. Ich will, dass hier richtig voll alles ankommt, dass hier alles voll ist. So, der eine geht nämlich hier rüber. Das ist auch echt doof, ne? Hm. Ja, das Problem war genau, dass wir das hier nicht, da müssen wir ein, eine Maschine bauen für. Ja. Und da brauchen wir dann das und da brauchen wir dann eine Maschine hierfür und so weiter und so fort. Wir gucken erstmal, ob wir das so irgendwie gelöst kriegen. Hier sind halt auch viel zu langsam, die Dinger. Aber das Eisen hier reicht völlig aus, ne? Das geht ja eigentlich nur hier rüber. Und das reicht ja völlig aus. Für die Granaten. Na gut, jetzt bleiben wir mal bei einer Sache. Der ist da gleich fertig. Jetzt tun wir erstmal hier das hier mal an. Hier kommt genug an. Noch. Ich will hier ja nur so einen Tunnel haben. Aber gleich, gleich hat er den Tunnel. Gib alles, Junge. So, und wenn die Artillerie fertig ist, dann gibt es hier nochmal richtig Kabumm. Wir sind nämlich schön mit dem Zug, mit der Artillerie hinten drauf im Kreis rumgefahren. Da brauchen wir noch Munition. Da muss man nochmal gucken, was für Munition genau das ist. Und dann geht es hier richtig los. So, jetzt haben die auf jeden Fall genug Stein, würde ich sagen, um hier das hier zu bestücken. Vielleicht kommt dann da auch mal was an. Wobei diese Pufferkiste, bis die mal voll ist, das geht natürlich eine Weile. Aber der hat hier schon vorgesorgt. Hier kommt immer noch was nach. Alles gut. So, das heißt, wir können jetzt so runterfahren zu dem Eisen. Und nochmal da ein bisschen für den Nachschub sorgen. Eisen kann man eigentlich echt nie genug haben. Eisen kann man einfach nicht genug haben. Auf geht's. Mein Zügchen. Gib Gas. So, hier sind wir noch. Ich bremse, ich bremse, ich bremse. Kurz hier ein bisschen rückwärts gegangen. Hier wollte ich doch hin. Ja, genau. Baut ihr schon mal. Das ist schön. Boah, kann ich aussteigen, ne? Ne, ist mich aber trotzdem. Weil ich vielleicht hier noch ein bisschen mehr Platz haben möchte. Dafür. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt bis ganz hoch geht. Ja. Also, die laufen auf jeden Fall. Und das selbe könnten wir theoretisch noch mal auf der anderen Seite bauen. Und dann noch mal hier irgendwo abzapfen. Hier vielleicht. Äh, ja, machen wir doch, ne? Ich finde, davon kann man einfach nie genug haben. Ah, hier war das Problem. Aber das ist eigentlich kein Problem. Dass hier keine Anbindung ist. Weil ich habe jetzt so ziemlich alles dabei. So, jetzt gucken wir mal das da. Und so. So, dasselbe können wir doch mal hier anhängen. Und hier. Und hier. Und hier. So, macht ihr mal. So, jetzt ist mir irgendwas ausgegangen. Natürlich. Äh, hier. Und auch. Von den, von den blauen Greifern und von den Tunneln ist was ausgegangen. Nehmen wir nochmal einen Strommast hier. Brauchen wir. Oder? Hä? Ich dachte, wir brauchen keinen Strommast mehr. Hat der mir den jetzt nochmal weggenommen? Äh. Nehmen wir nochmal einen. Ich will euch ja nur verbinden hier. Ja. Dass ihr Strom habt. So. Äh. Okay, wenn ich keine. Doch, das habe ich ja noch. Das habe ich noch. Das kann ich schon mal anschließen. Ich würde jetzt sagen. Wir machen das so. Einmal. Zweimal. Hier kommt der Spaß raus. So. Äh. Ne. Egal. So. Ich brauche noch Teiler. Ich brauche noch einiges. Üblich. Teiler hier von. So. Und jetzt müssen wir natürlich das da ja auch wieder hier reinbringen. Äh. So nicht. Das machen wir jetzt hier genau so. So. Mach doch mal fünf. Hier fehlt dann noch sowas. Okay. Und sowas. Kriegen wir auch noch gebacken. So. Und dann. Müsste das doch hier viel besser laufen. Das stört mich schon, dass das hier voll ist. Aber hier kommt ein Teiler hin. Und ich kriege das Ding nicht voll, ne. Aber vielleicht, wenn wir hier den haben. Müssten wir das doch voll kriegen. Müssten wir jetzt noch nicht, weil hier nur einiges fehlt. Ach ne. Die sind falsch rum, ne. Ach. Die falsch angeschlossen. Ich hab die falsch angeschlossen. Okay. Jetzt muss ich alle Grüne, äh, alle Dinger umdrehen. Oder ich baue nochmal um und tue hier das Erz reinhauen. Ne. Wir drehen die einfach rum. Das heißt, hier kommt es raus. So. So. Dum. 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 Ach. Da müssen wir aber erst welche bauen noch. Ach, wie ärgerlich. Äh, hier. Dumm, die Dumm, die Dumm, Dumm. So. Dich können wir umdrehen. Und du bist schon richtig. Dich können wir umdrehen. Jetzt gucken wir, dass wir die Reihe hier fertig machen. Ja, jetzt haut mir die halt doch nicht da oben hin, sondern hier. Ich will ja jetzt nur nicht durcheinander kommen. Oh. Oh, hier unten war da gerade ein Angriff. Es brennt auf jeden Fall noch irgendwas. Ja, nee, nee, das ist jetzt das Problem, der muss jetzt andersrum. Du kommst weg. Und du kommst weg. Ich will jetzt natürlich eben nicht, dass die hier Stahl produzieren. tschi, 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 tschi. So, du machst noch nichts, weil du noch falsch rum bist. So. Ah, wie bringen die das denn immer hier ganz hoch? Tut doch mal erst mal die hier machen. Das wird immer noch nicht reichen, ne? Ich kann gleich schon mal nachlegen. Danke, 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 danke. Jetzt brauchen wir da aber auch noch Kupferplatten. So, jetzt kommen hier welche. Genau, und das sollst du nicht machen. Kein Stahl für dich, mein Freund. So, du sollst es hier ausgeben. Ja, das ist alles richtig. Es wäre toll, wenn ihr jetzt die hier erst mal noch macht, damit ich hier Bescheid weiß. Zumindest mal den. Das ist gut, das ist gut. Nein, 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 keinen Stahl machen. So. Genau, der macht doch keinen Stahl, oder? Hä? Jetzt. Ein Stahl wurde, glaube ich, produziert. Da ist es. So, ihr kommt hier rein, du kommst hier raus. So, jetzt laufen die alle. Okay. So, hier brauche ich noch den hier. Aber er bringt ihn woanders hin. Okay, wir brauchen Kupferkabel, beziehungsweise Kupferplatten. So, hier ist schon Stau. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Er kann Stau sein. Oh, guck mal hier. Ja, ihr kommt auf jeden Fall ran, mal kurz an die Mauer, aber wird sofort repariert. Sehr schön. So muss das sein. Bremsen, Bremsen. Bremsen, 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 Bremsen. Ah, hier oben auch. Aber die sind aber auch schon echt nah jetzt hier. Das gefällt mir nicht. Ich brauche die Artillerie. Das wird dann erstmal richtig lustig. So, dann nehmen wir trotzdem noch ein bisschen mit. Das kann man immer brauchen. So, das sieht jetzt auch schon wieder ziemlich gut voll aus. Hier das Band. Und dann müsste das Bremsen. Ich müsste mal noch die Bremse hier erforschen. Dann müsste das doch jetzt ausgereicht haben hier, um die Produktion voranzubringen, oder? Ich muss die nur wieder alle umdrehen. Ah, das hätte ich noch holen können. Mist. Egal. Umdrehen, umdrehen. Umdrehen, umdrehen. 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 Äh, verdammt. Da fehlt noch einer. Was macht der Stahl? Wo ist der Stahl hin? Ist da irgendwo ein Stahl jetzt raus? Nee. War zu langsam. So, der eine hier bitte noch. So, dich muss mal umdrehen. Du bist umgedreht. Dich muss mal umdrehen. Du bist umgedreht. Äh, dich muss... Äh, so. Nee, nee, du musst ja jetzt keinen Stahl hier machen. Gib mir mal der Stahl. Äh. Dann bring's halt da hoch. Äh. So, die machen das alles, das alles. Wir müssen's von der anderen Richtung machen. Dann ist besser. Äh, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Oh, da fehlt noch einer. Verdammt. Umdrehen, umdrehen. So, so. So, so. So, so. Äh, so, so. 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 Du. Warst das Problem. Genau. So, jetzt müssten wir doch alle haben hier, oder? Ei, ei, ei. Also nächstes Mal muss ich auch drauf achten, natürlich, von wo kommt denn irgendwas? Also von wo kommt das Erz und von wo kommt dann die, das Eisen hin? So. Einen Ofen könnte man hier noch hinbauen. Wobei, das Ding ist halt echt schon voll. Habe ich denn noch schnelle? Habe ich. Aber wird mir ja nichts bringen, weil ich ja die Dinger, da ist ja im Grunde schon Schluss. Dimm, dirim, 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 dirim. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Irgendwie sieht es da ein bisschen voller aus. Die vier sind eigentlich voll, aber hier sind manchmal so Lücken drin. Aber ich glaube, es ist trotzdem so okay. Naja, da brauchen wir da jetzt nicht extra noch wegen einem, fahre ich jetzt nicht hier nochmal runter. Halb so wild. Halb so wild. So. Wenn wir schon dabei sind, fahren wir doch nochmal eine Runde. Gucken wir mal kurz hier, wie es bei unserem Atom aussieht. Ah, das sieht so gut aus. Sehe ich jetzt schon. So, selbst diese Kiste ist noch nicht voll. Also das heißt, wir haben noch so viel Kapazität, um hier Millionen von Atomkraftwerken laufen zu lassen. Sehr, sehr schön. Das war auch echt langer Prozess hier. So ein kleines Ding, ne? Aber so ein langer Prozess. Weiß nicht, wie viele Folgen ich da gebraucht habe, bis das fertig war und so gut, wie ich es dann auch wollte. Wahnsinn. So, wusch. Ich glaube, wenn man normal in diesem Zug sitzen würde, dann würde man sich durch die, wegen den, äh, schnellen Richtungswechseln, äh, alle Knochen brechen. Hier so in den Kurven. Tuk, tuk. Wieso, da gibt es so eine Achterbahn, ne? Die Maus. Das ist sowas, ne? Wo du dann so komplett durchgeschüttelt wirst. So, was machen die denn da oben? Hm. Die sammeln sich, ne? Sieht so aus. Hab ich gerade eine Granate da? Ne, leider nicht. Kann ich auch nicht drauf schießen, ne? Naja, die kommen aber nicht durch meine Verteidigung durch. Keine Chance. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, wieder hier eine ganz gute Verteilung, was so alles angeht. Ich mach das hier gerade mal wieder zu. Äh. Nein. So wollte ich das haben. Hä? Hat er jetzt die Dinger da weggenommen? Komisch. Hab ich die überschrieben aus Versehen? Tut mir leid. So, und dann können wir nämlich bei der nächsten Folge uns wieder grünen und roten Schaltkreisen widmen. Mal wieder, ne? Aber bis dahin, Leute, sag ich, macht's gut. Bis dann. iesen. Talk. Bye. Buahe. Tipps hat mal wieder. atu Bye. 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 Bye.